So, Rollercoaster, der Manu vor mir. Ihr habt es euch gewünscht, ich soll mehr Videos mit Manu machen. Hier habt ihr das finale Ligure Rollercoaster. Und der Manu fährt vor mir. Aber der Junge ist so schnell, da muss ich echt aufpassen, dass ich dranbleibe. Auf so Ballerstücken, keine Chance, ohne Scheiß. Das ist so unnormal, wie der abgeht. Wollen wir kein bisschen bremsen, da kann man fullspeed hinterher. Richtig cool mittlerweile, richtig geil. Mega, mega stark. Oh, ha. Trimeline's here. So. Oh. Woo. gleich jetzt rein ins erste steinfeld ja 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 Oh, Alter. Okay, so weiter geht's. Ha ha ha! Woah! Oh, come on! Wohoo! Okay. So, nächster Teil, Rollercoaster mit Eleanor. Hier ist eine geisteskranke Aussicht, wirklich krank. Haha, voll zen! Wohohoho! Ah, das ist gut. Okay. So, jetzt fährt der Ben vor mir, jetzt muss ich noch schneller fahren, bis gerade die ganze Zeit. Erst killt mich der Manu, dann die Elena, der springt ins Nirwana und ist weg. Tschüss, gute Reise. Da ist er, sehr gut. So, alter Rollercoaster, auf dem Weg, wahrscheinlich zu Madonna oder Cacciatore. Wenn man nicht treten will, kann man dem halben Rollercoaster hier drauf abbiegen. Eigentlich ganz geil, macht auch ultra Bock. Ich muss wieder treten, um hier dran zu kommen. Ah, ich bin schwingend. Secret prime lines hier. Ich höre einfach im Sitz, Nico. Klar, genauso schnell wie im Stehen. Kein Thema. Wooh, Segomics! Wooh, Segomics! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020